Wir bringen einen modernen Spin in das Schneewittchen-Remake, erklärt die Schauspielerin Rachel Siegler zu ihrer Snow White-Rolle. Sie wird nicht vom Prinzen gerettet werden und sie wird nicht von der wahren Liebe träumen. Sie träumt davon, eine Anführerin zu sein und sie weiss, dass sie das kann. Eine Geschichte zeigen über Female Empowerment, über Mut und Willenskraft, klar, super, go for it. Keiner hat da was dagegen. Und natürlich kann man darüber streiten, wie Drehbuchautoren Original-Stories interpretieren. Aber es lässt sich ein Muster beobachten. Showmacher greifen einfach erfolgreiche Werke mit grossem Namen und grosser Fan-Gemeinde auf und machen damit mit der Zeit etwas ganz anderes. Sie wird im Remake nicht vom Prinzen gerettet? Warum nehmt ihr dann Schneewittchen? Erfindet doch neue Geschichten, neue, starke Mädchen- und Frauenfiguren. Riskiert selbst etwas, baut eure eigene, neue Fan-Gemeinde auf, anstatt einfach altbewährte Werke für eure Botschaft zuvereinnahmen. Das wäre wirklich kreativ.